O.O.O. Oberösterreichs Originale. Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Wenn es nach ihm gänge, hätten wir heute alle frei. Adi Mittendorfer aus Bad Hall ist närrischer Bundespräsident, der Präsident von 140 Faschingsgilden in ganz Österreich. Ich habe ihn zum Interview getroffen und da hat er natürlich seine Forderung erneuert. Ja, dass der Fasching-Dienstag unbedingt der Feiertag wird und das macht einen vollen Sinn. Wir sind ja auch fast eine Religionsgemeinschaft. Adi Mittendorfer meint das ganz ernst. 6.000 Unterschriften hat der Bund österreichischer Faschingsgilden dafür bereits gesammelt. Das war schon ein fixer Termin für einen Auftritt im Parlament, dass wir einen seriösen Gardeauftritt machen. Aber es ist trotzdem untergegangen. Wir haben manche auch Angst vor den Faschingsleuten, weil sie glauben, sie kommen fest in die Mühle. Aber unbegründet. Wir wissen schon, wie wir sie übernehmen müssen. Ja, und heuer ist sowieso alles anders. Faschingssitzungen und Umzüge gibt es nicht. Aber so ganz ohne närrisches Treiben hält der 64-jährige Bad Haller auch heute nicht aus. Wir fahren so oft mit unseren Radeln im Kleinkostüm. Fahren wir halt einmal eine Stunde durch Bad Halle, Hauptplatz rauf, Kreisverkehr, rundum und wieder zurück. Ohne, dass wir sich irgendwo zusammenstehen oder treffen. Aber Faschingskrapfen gibt es natürlich. Von denen vertilgt der närrische Bundespräsident 50 Stück in einer Faschingssaison. Aber verteilt auf drei Monate ist ja nicht so viel. Oberösterreichs Originale